Wir sind zurück mit David und müssen immer noch diesen dummen Hammer kriegen. Wo David einfach zu dumm für ist, um den zu nehmen. It's too heavy. Du willst mich echt verarschen hier. There's nothing in the cabinet. Nothing in the cabinets. Weil hier steht, the new key could help. Da kannst du die Kabinetts aufmachen. Aber nein, da ist was viel interessanteres. Da steht ein Hammer. Steht voran. Steht. I grabbed it and went to the bathroom where the puzzle pies was. Puzzle pies. Ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Du warst schon gut gewesen. Du warst gut. Du warst gut. Weil du gut warst. Auch wenn ich gar nichts mitgekriegt habe. Auch wenn du gar nichts mitgekriegt hast, du warst gut. Muss man also doch. Ja. Und ich hatte mir zum Spaß das angeguckt. Und da kriegt man ihn raus, richtig? Willst du mich eigentlich verarschen? Du warst auf der falschen Toilette, oder? Let them serve for me. Und kann gerade sagen. Auch. The ground. Hey, maybe break the wall somewhere. Doch. Ja. Du warst gut. Du hast nicht nur Spaß angeguckt. Ja. Ich habe mir die Scherben da auch schon tausendmal angeguckt. Ich wollte noch Another Billion of Housing. Das hätte geholfen. Got the hammer. Sledge hammer. Ich war in diesem Video auch was. Leute unter diesem. Aber sie geht. Es kann erstens wird er ersticken. Nicht als wird er schreien. Wie ist nochmal der Geist auf der Toilette? Äh. Hanoko. Hanoko. Was machst du mit Fluffy? Murphy? Fluffy. Ich habe Murphy verstanden. Okay. Ich nenne dir jetzt wieder Fluff. Fluff ist besser. Fluff. Use item. Hammer. Slash. Get away from the wall. I'm gonna break through. Ja, ich komme durch. Fluffy? Auf der ist was so los. Wo ist er jetzt? I don't know. In den Pissoirs? Wahrscheinlich. Ja, klar. Kopfüber reingeschenkt. Wie der mein Fuß hängt aus. Ja. Wie das möglich ist, weiß ich auch nicht. Aber egal. Bist du hier drin? Fluffs? Da ist er. Was ist der? Hey Fluffy, was ist so los? Was ist passiert? Nein! Oh, nicht der! Oder ich? Feine. Nein, ich schreie. Ich schreie. Mr. David? Oh, Mr. David. David. Was ist? Er holt. Was hast du? Was ist passiert? Maus in der Tastatur. Es war doch, ähm. Guckt. Hallo, guckt. Oder Hallo. Dann hätte er sich doch nicht auf der Toilette eingesperrt. Jetzt hängt er wieder. Manchmal hat er jetzt auch, dass er da bei Gesprächen hängt. Oh, okay. Ha. Oh. Wie ging das denn im Junge? Joa. Er ist ja auch ein Kind gegenüber. Ja, ja. David? Was ist passiert? Also hier war jemand. Auf jeden Fall. Ich schreie. 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 Ja. Unser Freund. Ich schreie. Ich schreie. Das ist ein Ding von Mama. Hör auf. Das ist wieder Witz. Du bist nicht Angela. Wie ging der denn? Nein, Mama sagt, ich soll hier warten. Welches ist das Lieblingsmusical von Mario? Mama Mia. Der ist so dumm. Der ist wirklich dumm. Ich habe ja so gelacht heute Morgen. Ja, ich hoffe, seine Mom kommt schnell. Kommt bald. Wahrscheinlich. Okay. Ich habe eine böse Vorahnung mittlerweile. Ja, klar, bei meiner bösen Lache, oder? Ich habe... Der Ton so hoch. Ja. Ich lache euch viel lauter. Das war wie letztens bei mir. Ich habe ihn angemault in tiefer Stimme. Meine Kader Stimme, da war der Zeiger hier oben. Ich habe ihn dann angemault in hoher Stimme, weil der Zeiger hier unten. So, kommen wir dann jetzt raus? Ja. Auf einmal geht die Tür auf. Tatsächlich auch im Hotel selbst. Ja. Wir müssen immer noch den letzten Buchstaben finden, glaube ich. Ja, wir müssen noch eins finden. Das M. Ja. Das ist ja... Und das I. Ja. Wir müssen immer noch aufs Dach. Da haben wir die Tür ja jetzt frei. Halt. War das hier? Ja. Gut. Ja. Meine Arme, das ist... Das ist so süß. Das ist sowas von niedlich. Ich habe das dazu gefühlt, mit dir zu spielen und nicht... Hm. Oh, Hildo. Zu. Du musst mich eigentlich ärgern. Und warum willst du jetzt wieder nicht mehr fliegen? Love my horse. Ich will David nicht mehr. Oh, David. Willst du mit deinem Vater aussehen? No, du was? Und ihm war alles gut. Ja, ich muss irgendwas finden, um das auseinanderschneiden. Aber ich habe nichts dabei. Hm, was soll ich tun? David! Er macht wieder nichts. Da. Ich wollte gerade wieder einen. Ach, das wollte ich nicht. Darauf wollte ich. Nee, ich habe nichts dabei. Wo ich immer noch keinen Schimmer habe, wo der hinkommt. Wofür der ist. Ha, 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 ha. Geben wir mal. So. Was? Sandbags. Da hat jemand Sandsäcke hingebaut. Weiß ich gelesen habe. Sandberg. Ja. So, wir brauchen irgendwo für noch den blutigen Schlüssel. Und wir müssen noch zwei Buchstaben finden. Okay. Können wir nicht hier in der Klinik machen? Ja. Wir können uns gerne noch... Also, du meinst in der Klinik drüben. Ja. Ach, jetzt bin ich eins zu tief gegangen. So. Im Keller? Im Keller war ich schon. Da komme ich ja nur in die... Nur in, ähm... Was? Hör auf! Hier vorne guckt Sixpence ab und guckt Style. Woher kennst du das? Oh, der Kruppmann, hä? Ja, Mama taught me to... Äh, taught it to me. Also, Mama hat es mir beigebracht. Ich würde lieb es, dass du... Dann weiß ich, was du... Was du ein paar Folgen zuvor gesungen hast. Und deswegen kam vielleicht der Kruppmann... Ja, vielleicht. Vielleicht muss man das singen. Ja, wie bei, ähm... Wie bei Murphy. Boogeyman? Ja. Damit er abhaut. Ja, das ist... Ja, das ist... Hm, I like that song. Vielleicht wird der Kruppmann dann von angezündet... Angezündet, angelockt, meine ich. Angezündet kann er gerne nicht haben, aber... Wenn du wieder da den Kruppmann anlocken, dann aber jetzt herzlichen Glückwunsch. Wir sind im Keller. Du hörst dich aus dem letzten Keller, wo du mit Kruppmann bist? Ja. Der erste Keller. Der war am schlimmsten. Im Hotel. Warum, da war er noch am Haaren los. Die Szene war cool. Die war cool, das stimmt schon. Wenn ich meine letzten Kinder einlege. War nicht mehr so gut. Nein. Ja, wir haben immer zusammengesungen, Mama und ich. Eigentlich solltest du das ja vor... Ach, David! Das sieht so lustig aus. Wir mischen mal. Genau. Mission impossible. Nein, mission ist possible. Oder du siehst dich den Schrank wieder nicht an. Warum bei mir immer? Hast du mich so, David? Weil du dir hier die Mittern... Hier kommen wir immer noch nicht rein. Wohnt open. Ja, wohnt open. Auch nicht mit dem Schlüssel? Wohnt du? Nein. Mit dem Schlüssel nicht. Auch mit dem Schlüssel? Nein, das wird wahrscheinlich nicht sein. Nein, so blöd kann ich nicht sein. Ey, ich hab's geschafft, das Schloss mit der Batterie zu... Mit dem Defibrillator zu öffnen. Warum bin ich dann zu blöd, um hier die Treppen zu öffnen? Ähm, sie dürfen weitergehen? Diese Treppen hier. Ähm, das ist... Was ist, wenn ich das probiere mit dem Schlüssel, wenn das kein Draht ist, sondern die meinen, dass es ein Schloss ist? Sag dir doch, äh, Wire. Wire ist Draht. Ja, das ist der Draht. Stimmt. Hast du extra noch gegoogelt, Folgen davor? Oh, nein. Warum ist er da nicht... Blocked so you can't get out. Aber es ging doch... Nein, das war tiefer. Item? I... Item. Blockiert. Ja. Dass er so viel aufliegt? Auf und wieder zu. Auf und wieder zu. Aber das ist so süß mit Fluffy. Seine Arme. Kannst du ihn schon auf? Nein. Der hat keine Energie. Und ich brauch den anscheinend auch nicht. Energie, süß! Ist jetzt irgendwo er geklaut. Ich wollte mich. So, jetzt sind wir hier zurück. Aus irgendeinem... Eine Scheiße. Oder... Auch eine... Ich wüsste keine Anime, wenn das sein könnte. Nein, es ist nicht. Hier haben wir alles nachgeguckt. Das ist ja vielleicht irgendwann... Ja, wäre man nett, wenn irgendwer... Wenn man die Sweet Morrow gehört hat. Mich wird man... Das ist der Vorfülle-Effekt, ja. Der Bloody Key. Wo können wir den benutzen? Das bastelt. Entguckt. Ich habe ja... Ich habe ja immer noch eine böse Verahndung. Oh, hier sind die Dinger wieder vor. Ja, ja. Ich habe eine sehr böse Vorahndung. Ja, ich weiß. Ich bin ja immer noch hier. Hier ist das ja mit dem, wo Prismum Blut draufsteht. Da wird weiter unsere Barrelate Blut. Man hat die Zeit, ab und an den A's. In heaven for them and save them. Wenn man frau... Oder fragt man sich, wer sind sie? Dann aber... Ja. Fibrileator könnte es sein. Das hätte auch die Psychiatrie sein können. Warum Sam? Sam. Ja, warum... Was macht der? Die vom... Zum Beispiel vom Subizid abhalten? Es geht ja überwiegende Psychiatrie nur darum, entweder zu heilen vom Leiden oder dazu zu bringen, ein normales Leben, ein relativ normales Leben zu führen. Aber nicht grundsätzlich, denn alle Psychiatrie haben Probleme mit dem Leben. Das ist mir schon klar. Ja, das meinst du? Ja. Ich habe trotzdem keinen Plan, wo wir hin müssen und was wir tun müssen. Und warum lässt du mich nicht in diesen Raum rein? In diesen. Und in diesen. Ach, und hey, in diesen. Hier ist der Aufzug auf. In diesen kommen wir auch nicht rein. Kannst du mich mal vorbeilassen, Fluffy? Dankeschön. Komm auch nicht rein. Sollen wir gleich die tote Katze wieder besuchen gehen? Wir müssen erst mal die Folge beenden. Dankeschön. Dann beenden wir jetzt erst die Folge. Das heißt dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.